Tja, jedenfalls kann er seine Trauer gut verbergen. Ja, der Heilungsprozess ist voll im Gange. Er hat mich schon vergessen. Vielen Dank, Mr. Kintel. Wie Harvey uns eben gezeigt hat, kann man durch Stimulation des Nervensystems eine ungewollte Reaktion auslösen. In diesem Fall ein Lachen. Sabrina ist hinter den Ohren total kitzelig. Ich würde dir empfehlen, ein starkes Mittel gegen Fußschweiß zu kaufen. Es stinkt wie ein alter Käse.